Als ich in der Schule meine Meinung gegen Neonazis sagte, hätte mich das fast umgebracht. Die Ausstellung wird nun das elfte Mal gezeigt, in Berlin. Im letzten Jahr waren es allein 11.000 Besucher. Mit neuen Exponaten an der Multimediastation und dem Adolf-Dach-Diorama. Der Eintritt ist frei. Der Eintritt ist frei.